Solange der jetzt hier nicht reinkommt, ist alles in Ordnung. Bitte nicht. Jetzt hab ich einen anderen Raum jetzt erst. Oh mein Gott! Oh Gott! Was? War die nicht erst mal crystal clear? Die Scheiße. Oh mein Gott. Oh Gott, weiß ich nicht. Ja, und jetzt habt ihr gesehen, wie schnell die Sanity in der Morgue runtergehen kann. Die waren crystal clear. Oh, Halleluja. Bringt das jetzt eigentlich was oder bringt das nichts? Scheint nicht. Oh Gott, meine Maus schwimmt. Ich seh's ja. Der andere Raum, was war da drin? Ist mir egal. Noch mehr Leichen, das weiß ich noch. Solange jetzt irgendwie relieved ist, ist mir das nur recht. Oh, okay. Oh, okay. Ah, Shisha. So schön. Wie war das? Domi raucht zu viel. Ah, komm. Ja, der Domi zwingt mich immer die Shisha anzumachen. Ich will das gar nicht. Oh, klar. Ja. Ich muss jedes Mal, wenn er kommt, nur für ihn die Shisha anmachen, ja? Sagt der, der gerade sieht. Er nötigt mich. Er bedroht mich mit einem Messer. Mit einem Mikrofon und einem... Und der Sweet Chili Sauce für Chicken. Hm. So. Sure. Der ist aber so relieved, oder? Schau mal, ein Popoloch. Der ist so relieved worden. Nee. Ich weiß, da kommen jetzt auch Viecher. Aber das kann jetzt spaßig werden. Ich hab's gehört. Ah, genau. Und wir sind auf... Ah. Gib. Bäh. Genau diese Pilze hier. Äh... Die sind nämlich giftige Sporen aus... Ähm... Sprühen. Durch die Gegend schleutern. Und das macht die Leute hier krank. Ich glaub deine Sanity hat sich so ein bisschen verabschiedet. Oh. Oh nein. Ja, das wär schon arg gemein. Die geben mir erst ein Stück und dann... Und dann... Aaaaaaah! Da muss ich glaub ich durch, ne? Ja. Ich hasse dieses Spiel für alles, was es mir antut. Aber hier ist mir nix schön hell, merkst du das? Ja. Und hier schaut sogar freundlicher aus als oben. Naja. Ja. So, was ist da drin? Ich muss an einem Maschinenraum an... Zumachen Okay Ich hab was aufgeschrieben Nein, das war falsch Mementos Ja, das hört man Ganz ruhig Nein, achso? Ich muss das Ding wieder ausschalten. Ich muss auch mal gucken. Boah ist das Ding noisy! Nein, das ist zu laut. Ist doch schon wieder schön leise, oder? Es ist leiser geworden, aber ich fand das, wenn du das rechte auf das große Zahlenloft gemacht hast, war es sogar noch leiser, oder? Ja. Okay, nehmen wir es mal so, ne? Lassen wir es mal so, ja. Ja, Sarah mal! Oh, ich glaub, ich stand sogar da drauf. Meine Fresse! Spiel richt mich langsam auf! Nicht für einschlagen. Oh mein Gott! Soll ich es mal wagen? Wage! Ich wage! Siehst du es? Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ist auch besser geworden. Okay. Gefällt's? Like! Button! Schau, vielleicht liegt hier doch noch irgendwas. Was? Wann ist es so heiß! Ich schmelz! Was ist passiert? Ich glaube, dass du da schon durchkommst. Ich glaube, dass du da schon durchkommst. Ich glaube, du musst erst in den Gang rechts. Ja, ach. Ich erfange jetzt schon wieder an, in den Schieferschlaf zu holen. Kannst du nochmal wiederholen, was du gesagt hast. Ich glaube, das haben sie schon verstanden. Okay. Ich kann mich halt an die Stelle nicht mehr erinnern. Das ist problematisch. Oh, doch, weißt du, was das ist? Ähm, Wasser? Nein, wo das Viechenkreis läuft. Ah, ne, doch noch nicht. Okay. Ich pack das heute überhaupt nicht, ey. So schlimm. Aber morgen Deus Ex, ich freue mich ja schon so. Und ich freue mich auch drauf, endlich am Nisha durchzuspielen. Ehrlich. Das ist so klasse. Ja, mit der Hand. Mit der Hand kannst du's aufhalten, wie das der Hauk. Natürlich. Relief. Sehr gut. Wie sehr? Sehr gut sogar. Das Light Helic. Das Light Helic ist völlig in Ordnung. So. Die Stelle kann ich mich auch noch erinnern. Oh, nein. Arme Razzies. Das ist doch so ein Monster. Da ist ein Viech irgendwo. Also ich hör nichts. Ich hab's doch gehört, ich bin doch nicht doof. Also die Musik ist ja auch noch ganz normal. Und das Viech, was da liegt, tut jetzt sicher nichts mehr. Sonst kannst du in den Raum nichts, oder? Warte mal. Genau das wusste ich nämlich noch. Ähm.